Hallo Leute, Cramix hier, was geht ihr mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf 35 Mindblowing Moments you won't believe if not caught on camera reagieren. Also auf deutsch übersetzt auf 35 Momente, die deinen Verstand sprengen. Und du würdest sie nicht glauben, wenn sie nicht aufgenommen worden wären auf Kamera. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, lass dein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Okay, ich bin sehr gespannt. Oh, Chicas. Was ist das für ein Bird? Ich mach aus dem Chicken Wings. Das ist einfach sein Hund. Das Hühnchen hat einfach die Maus gegessen. Ach du Scheiße. Das sind ja echt kranke Momente. Ey, wie krass das on time war. Holy moly. Das war ein One in a Million Moment. Er hat einen Vogel geangelt. Er hat einen Vogel geangelt. Das ist, was ich imagine, das Leben von secretagenten ist wie. Ach du Scheiße. Er hat mit einem Volleyball ein Streichholz angezündet. Okay, der Blitz hat gerade das Boot auseinandergenommen. Er hat gesagt, dass es leichter ist für die Fahrer, die unter Wasser fahren. Was? Wie kann denn da der Motor nicht am Arsch gehen? Es läuft doch alles voll mit Wasser. Gib ihm einen Fisch und du siehst ihn für einen Tag. Alter, der Fisch hat ihn verprügelt. Er hat einfach so einen, er hat einfach einen Vogel. Alter, Crack. Krass. Stark. Alter, das ist einfach der Roadrunner. Wie schnell ist dieser Vogel? Du kennst das Gefühl, wenn du kaltig versuchen, dass du aus einer Party rauskriegst, aber deine Freunde wollen nicht, dass du dich gehen lassen willst. Er haut einfach ab aus dem Gefängnistransport. Lol, wie schlecht das aber auch ist, dass da einfach auf ist. This guy is so bad at golf, but he even pissed off Zeus. Boah. Zeus schickt die Blitze, Alter. Ey, Leute, ich hab heute meine zweite Impfung bekommen. Alter, mein Arm ist so schwer. Das ist so nervig. Alter, so ein Bär kann einen töten, ey. Das ist krank. Boah, was? Das war doch irgendeine Atombombe, die da gesprengt wurde, ey. Was ist das denn? Hey, leave Bikini-Bottom alone. You got bigger problems. Krank, Mann. Alter, einfach direkt vor ihm so ein fetter Tornado. Da würde ich aber den Rückwärtsgang eingehen. In anderen Ländern, ein Tornado, run! Leute in Russland, gehen wir ein Bier. Ein paar Gratwude-Säte. Sein. Erstmal Party machen. Normales Sommergewitter in Russland. Wir haben uns nicht mehr gebraucht. Wir haben uns nicht mehr gebraucht. Let's go swimming. Hat sie grad die Scheiße mit ihrer Maske aufgehoben? Alter. Schade, dass es bei uns so nicht wirklich Cheerleader gibt. Wow, shit. Damn. Damn, boy. Oh. Ach, du Kassel. Oh, was sind das? Lootboxen von PUBG? Nein. Oh, das sind Pfeife der Turbine. They say, don't sweat the small stuff. Meanwhile, the small stuff. Do you know why workers are so slow to repair roads? Here's one of the reasons. Wow. Das war knapp sein Urgroßvater. Here's the relationship between the United States and Russia in one video. He, he, he. So, wenn nix passieren kann, hat jeder große Fresse so einen auf denen. Wenn die sich sehen, dann so... This journalist is so professional, but even aggressive Flirting won't get her attention. Wie knapp das war. I bet this is the last thing you expected to see in the oncoming lane. Ha, ha. If you thought GTA-Mods weren't based on real events, you were wrong. GTA 5-Mods. Einfach Giraffe-Ferent Motorrad. Oh, you're so f***ing cool. Oh, gefährlich. I don't think he's gonna make money. Aber ich glaub, das war... Das war gespielt. It's cool, that we finally have flying cars, but Mercedes made one back in 1999. Here we go. Ha, ha. Den Clip kennt man. Einfach einen saftigen Backflip, Digga. Das Auto war einfach zu leicht. Well, at least it's not cooking oil. Hm. Aua. Aua. Frauenhundautos. Ja, Leute, das war's wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren auf jeden Fall sehr, sehr krasse Clips dabei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax. Euer Crymax. Euer Crymax.